Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zum dritten Teil der Audio-Verbesserung. Na ja, hier wird in diesem dritten Teil nichts verbessert, sondern wir werden zurückkonvertieren. Im ersten Teil haben wir ja gesehen, wie wir das EMA-ADPCM-Format in ein normgerechtes PCM-16-Bit-Format umgewandelt haben in 44,1 KHz, damit wir es im zweiten Teil klanglich verbessern konnten. Jetzt geht es um die Rückkonvertierung in das EMA-ADPCM-Format. Dieses Format wird sehr viel gebraucht oder sehr häufig verwendet für Spiele und Modifikationen bei Musiken- oder Sprecherdateien. Es hat den Vorteil, dass sich die Audio-Dateien, die Größe der Audio-Dateien um ein Vierfaches verringert. Wie ihr sehen könnt, läuft hier gerade das Programm Winamp. Einige werden wahrscheinlich sagen, oh, das ist ja ein alter Hut, ein alter Trick. Andere sagen, na ja, was kommt jetzt? Ich selber mache es gerade zum ersten Mal und probiere es auch zum ersten Mal aus, denn hiermit kann man nämlich diese PCM-Dateien in das gewünschte EMA-ADPCM-Format umwandeln. Ich muss mich an dieser Stelle auch nochmal bei Reality Check bedanken. Diesen Tipp habe ich nämlich aus der World of Gothic-Seite und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir wollen als erstes mal hier den Robert Schröder mal hier aus der Playlist löschen. Dann gehen wir auf die Medienbibliothek und wenn wir das installiert haben, also ich habe es hier mal drauf installiert, dann sieht es so aus. Der Tipp ist dabei, wir gehen auf Optionen, auf Einstellungen und dann gehen wir hier auf Ausgabe. Man kann sehen, hier gibt es sehr viel einzustellen, aber wichtig ist Plugins-Ausgabe. Da gibt es hier von Haus aus drei Stück, einmal für die Audio-Ausgabe und einmal für die Wave-Out-Ausgabe. Jetzt der Tipp ist, Nullsoft-Disk-Schreiber. Darauf sollen wir das Ganze stellen. Dann gibt es hier einen Konfigurations-Button und dann sehen wir, aha, interessant, konvertiere in folgendes Format. Das steht wahrscheinlich so von Anfang an noch nicht da, aber wir haben hier ein Pfeilmenü und da sind hier die ganzen Formate. Und hier ist auch unser gewünschtes IMA-ADPCM-Format, welches mit 44,1 Kilohertz und 4 Bit Mono konvertiert wird. Abtastrate sind 21 Kilobit pro Sekunde. Dann wollen wir mal gucken. Wichtig ist noch einzustellen, dass hier der Index, der Playlist am Anfang deaktiviert ist. Sonst schreibt er automatisch Zahlen hin. Dann das Dateinamensformat soll sein. Ein Pfeilnehmen, ganz wichtig. Sonst liest er die Metadateien aus und dann kommen falsche Namensbezeichnungen zustande. Ein Typ der Ausgabedatei, das können wir so lassen. Wir gehen auf den jeweiligen Ordner, wo wir die fertigen Sprachverbesserungsdateien abgelegt haben. Das sind hier so ein paar tausend. Also unten sieht man es ja, 42.987 Elemente. Und in diesem Ordner lege ich einen neuen an. Den habe ich genannt IMA-ADPCM. Und den weisen wir dann auch dem Herrn Windm zu, den ich jetzt zugemacht habe. Und dann gehen wir nochmal auf Optionen, Einstellungen, Ausgabe, Nullsoft-Disk-Schreiber, konfigurieren. Genau, richtig. Und das ist auch nochmal zur Kontrolle. Mal anzugucken. Hier steht es. Und hier werden die Sprachdateien, die konvertierten, dann abgelegt. Das können wir so lassen, wenn wir das haben. Dann gehen wir auf OK. Ja, und wie konvertieren wir jetzt? Ja, easy. Wir nehmen unseren Ordner. Dann schieben wir die ganzen Audio-Files in die Abspielliste hier rechts rein. Und schon werden sie erstmal vorgerechnet. Und hier unten können wir sehen, aha, so viel sind das. So viele Minuten. Hier werden die Minuten gerechnet. Vorsichtshalber warten wir nochmal ab, bis die Berechnung hier fertig ist. Natürlich bei über 42.000 Dateien wird das dementsprechend länger dauern. Und wie ihr seht, liest Winamp die Metadaten aus, die hier stehen. Das hat nichts mit der Dateibezeichnung zu tun. Wir haben hier eingestellt, so von wegen, bitte generiere die Dateibezeichnung in den Ausgabeordner. Gut, ist das geschehen. Drücken wir auf Play hier oben. Und wie wir hier sehen, rattert es jetzt durch. Und das dauert auch wieder ein bisschen. Das werden wir dann mal überspringen. So, er ist jetzt in den letzten Zügen. Und dann schauen wir mal. Ob das auch erfolgreich geklappt hat. Wie schon gesagt, ich mache das hier das erste Mal. Okay, das war es jetzt. Und dann gehen wir bei uns in den Ordner, den wir hier angelegt haben. Und wir sehen, ups, ui, sind alle 793 Elemente drin. Und auch wesentlich kleiner, zum Beispiel das hier von 622 KB auf nur hier, 158 KB. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt wollen wir natürlich wissen, können auch Fehler auftreten. Wie können wir jetzt die Fehler irgendwie mal so sichten oder hören? Hören würde natürlich viel zu viel in Anspruch nehmen. Okay, dann nehmen wir folgendes. Wir markieren mal alle. Und ich hoffe, dass Audacity auch diese Dateien mal eben hier rüber nimmt. Dann werden uns die Wellenformen angezeigt. Das dauert auch wieder ein bisschen. Das hat nichts zu bedeuten mit keiner Rückmeldung. Das dauert halt eben noch ein bisschen. Okay, dann spulen wir mal vor. Ja, jetzt haben wir alle Dateien sichtbar in Audacity. Und jetzt schauen wir mal und kontrollieren, ob das Plugin, dieses Diskwriter-Plugin, in Winamp korrekt funktioniert hat. Das machen wir visuell, beziehungsweise ich mache das visuell. Es kann nämlich passieren, dass irgendwelche komischen Geschichten hier passieren in der Wellenform. Ein paar Sekunden, Audiosprache und dann plötzlich hier so eine Nulllinie. Das ist auch schon mal vorgekommen. Aber ich werde jetzt visuell mal kurz drüber gehen und schauen, ob so ein Effekt hier auftritt oder aufgetreten ist. Und wie wir sehen, ist das Ende der Wellenform korrekt dargestellt. Ergo ist bis jetzt alles okay. Ich bin begeistert. Ja, man muss ein Auge dafür haben, aber mit der Zeit richtet sich das ein. Falls jemand fragen sollte, was das hier für rote Striche sind, da zeigt Audacity Übersteuerung an. Also mal gerade den Nullpunkt. Also nicht drüber, nicht knallhart drüber und auch nicht knallhart drunter. Also mal gerade eben so. Also man kann das auch einstellen. Ja, perfekt. So kann man natürlich ganz schnell ein paar hundert Dateien visuell kontrollieren. Ob sie von diesem Win-M-Plugin in diesem IMA-ADPCM-Format richtig konvertiert worden sind. Ja, das ist es. Super. Vergleich ganz unten. Herrlich. So, hören wir doch mal rein. Nehmen wir mal die Datei. Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Und dann gucken wir uns nochmal die Informationen an, ob auch hier das besagte Format, hier steht es, umgewandelt worden ist. 44,1 Kilohertz. So sollte es sein. Wenn wir das hier haben, dann können wir unseren Ordner ganz einfach mal sozusagen in einen SIP verwandeln und das Ganze noch packen und archivieren, versenden oder zu einem selbstextrahierten Pfeil umpacken und fertig ist die Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde weiter gucken, ob ich dann noch mehr Dateien erfolgreich konvertieren kann. In diesem Sinne, ich hoffe, es war aufschlussreich und vielleicht gibt es noch eine vierte Folge, die ich machen werde. Somit ein herzliches Tschüss. Falls noch Fragen sind, schreibt mich an, abonniert mich und gebt mir einen Daumen. Bis zum nächsten Mal.